Oh, Enamel, Hexe, Wither, vergiftet, schnell weg. Ich hab doch gesagt, das ist noch ein Magsbomb. Hallo. Hallo zusammen, willkommen zurück zu Minecraft Mark, heute mal mit dem Castcrafter. Der war gestern auch im Livestream dabei, weil da haben wir einiges gebaut, glaube ich. Genau, wir haben die Kiste bei mir hochgetragen, ne? Ja, war anstrengend. Genau, mit ganz vielen Dollys. Dann haben wir von hier unten. Also im Grunde, hier wohne ich jetzt nicht mehr, ich wohne jetzt hier auf dem Berg. Muss leider immer manuell hochlaufen, ist ein bisschen doof. Aber geht. Und wir haben dann quasi noch eine Query in meine Obsidian-Welt gestellt. Da können wir eigentlich mal gucken, ne? Wie weit die ist? Ja, ich glaube, das war die Welt. Da hat bestimmt einfach keine Kohle mehr. Stimmt. Aber die Welt ist so scheiße, ne? Guck mal. Oh mein Gott. Wieder überall Creeper, da hinten. So drei Stück sieht man schon. Die gucken schon alle raus. Das ist ja voll die Creeper-Welt. Hier ist immer alles dunkel. Okay, Kohle ist aus. Aber hier gibt es auf jeden Fall genug Obsidian. Aber, oh, boah. Das war knapp. Da hat man auch ein paar mehr FPS, komischerweise. Hier wieder ein paar weniger. Egal. Dann die andere Welt war, glaube ich, hier. Jetzt sage ich es halt an der Welt und so durch. Genau. Hier ist also ein ganz heftiger Tag- und Nachtwechsel. Das ist irgendwie sofort, aua. So voll schnell dunkel, voll schnell hell. Und hier sind jetzt drei Solarpanels drauf und die Quarry-Arbeit. Guck mal da, die Tintenfische, voll geil. Die verrecken jetzt da. Die können wasser mehr. Aber die Quarry saugt doch auch die Dinger auf, ne? Wenn die nicht die spawnen in der Zeit. Ach, guck mal, da, jo. Die Inkshexen, so, ne? Ja. Was sind daten für Typen? Das kann auch die fallen. Ne. Dann gehen wir mal runter. Die saugen die hier einfach kaputt. Geh mal runter. Guck mal, das ist ein Türsteher. Krass. Sind dat denn Soldaten? Nein, nein. Da steht jetzt bestimmt ein Chat, wenn du ihn tötest. Ne. Oh. Was? Ja? Ja, guck mal, ob der nicht angreift erstmal. Ja klar, was will denn sonst? Nein, nein, guck erstmal. Vielleicht will er... Oh. Okay, der haut mich. Das ist echt so ein Türsteher-Typ, ne? Ja. Irgendwelche random Minecraft-Spieler sind da. Slowpoke, geht's hin. Bam. Okay, guck mal, die Quarry läuft wieder. Sie ist auch relativ groß. Ach, guck mal, wer ist der denn? Ich glaube, die sind aber alle krank in der Welt, ey. Da hast du alle kaputt. Ich bin doch mal lieb zu denen. Kein Wunder, dass die dir keine Rohstoffe geben. Ja, aber die stören meine Quarry. Man. In der Matschwelt hier. Das ist echt eine Matschwelt. So. Ich muss auch ein paar Kisten dran machen. Und, ähm, was war noch? Genau, den Matsch habe ich rausgeworfen. Das war schon wieder alles vor, ja. Echt alles krass. Echt alles krass, so. Aber wir gucken mal, was die geholt hat in der Zeit irgendwie gar nichts. Ich geh weiter vor. Oh, da war was. Hier geht's los. Kohle. Oh, warte. Marble kann man mit rausnehmen, ne? Wenn er Marble sie ist, sag Bescheid. Okay. Marble. 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 Okay. Oh, da war... Oh, der hat einen Hut. Das ist bestimmt schon. Und, verdammt. Skeletron. Okay, wir haben jetzt Skeletron als Superhut. Sehr. Aber wer sich wundert, warum Heiko überhaupt hier ist. Der hat quasi besucht, weil er auf so einem Netzwerktreffen war hier in der Nähe. Und dann hat er halt hier so ein bisschen gewohnt. Und, äh, mitgespielt und war in Vlogs dabei, so. Und ja. Und jetzt sehen wir halt hier noch eine Runde Mark auf. Weil er hat halt die Ahnung. Ich zeige euch mal, was wir eigentlich vor hatten im Livestream. Was aber aus Gründen von mangelnder Rohstoffe, oder? Nee, 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 nee. Dummheit? Ja, du kannst halt nicht lesen. Warum denn nicht lesen? Ja, wegen dem... Barbo. Ach so. Guck mal. Der hat auch einige Ink-Sex aufgesaugt. Und jetzt läuft er jetzt durch? Passt ja nicht zu Tintenfischen, ne? Wenn ich so aussaugt. Dann liegt da auf jeden Fall was rum. Ach genau, eine Chisel, ne? Chisel, Dizzle. Hast du das schon? Ne. Aber es gibt... Wie viele Chisels gibt es denn hier? Chisel, Drei. Echt? Hast du schon geguckt, oder was? Ja, aber ich sag drei. Chisel. Tinkers Kunstwerk, Carpenters und Chisel. Ah ja, stimmt. Chisel, Chisel. Dann haben wir eine mehr, wenn... Vier. Oh, Mann. Diamond Chisel. Ja, toll. Was kann die? Right-click to open. Left-click Cantar the block by leaving it in the inventory. Und has Multiple Modes to Chiseling. Also mehr, ne? Stimmt. Okay, ich brauch einen Stock und einen Eisen. So, ich musste mir auch ein paar Sachen leihen, weil ich hatte kein Gold mehr, ich hatte keine Bücher. Und jetzt, was machen die anderen? Die gehen ja gar nicht. Ja, die brauchen, hab ich doch gesagt. Ja, wie lange denn? Die haben 0%. Ja, lange. Aber die haben 0%. Ja, dauert noch. Da war ein Stock. Da war ein Stock drin? Da war auch ein Stock. Geh bei der anderen Kiste, die sind zwei. Hä? Wo? Du kannst das mobile Crafting zeigen. Ah ja, genau. Kennt ihr das schon? Pass mal auf, ich kann was richtig geiles. Zwei, wenn man hier C drückt. Hat man mobiles Crafting, kann das jeder? Ich denke schon. Und guck, dann kannst du hier so machen, so. Und dann drüber dann das. Und dann gibt das eine Schizzle. C, C, C. Und mit C kann man dann einfach drücken. Und jetzt schizzeln wir uns mal ein paar Marbles. Wir haben ein Schizzle-Menü, das hatten wir, glaube ich, aber auch schon in Tech Town. Naja, Tech Town nicht, in Evolve. Wir haben immer so viele Technikprojekte in letzter Zeit. Ich muss da näher dran, ich muss gucken, wie die aussehen. Was sieht dann gut aus? Das ist scheiße, oder? Warte, diese Marble. Was ist ein Large Dint? Large Dint. Marble Block. Chisley. Raw Marble. Können wir mal Large Dint. Und wenn das nicht gut ist? Dann schizzeln wir die wieder um. Stimmt. Machen wir natürlich direkt zwei Umwandlungen. So. Jetzt ist die Frage, wo fängt man hier an zu bauen, bei so einem Berg? So ein Überhang wäre doch cool, oder? Ja, irgendwie schon. Deswegen könnte man theoretisch auch schon hier anfangen, oder? Ach, die sind das. Komm mal, die verbinden sich. Ist geil. Ist okay, oder? Bist du Frieden damit? Ja, das ist gut. Ich gucke nochmal, warte. Okay. Ich gucke nochmal ein bisschen näher dran. Müssen wir nur noch gucken, was für einen Boden wir nehmen. Und wie wir die Akzente bauen, weil neumodische Häuser sind natürlich immer schwierig. Könntest du einen Karobohlen geben? So schwarz-weiß kariert. Oh, das könnte gehen. Doch. Eins, zwei, drei. Leer. Eins, zwei, drei. Leer. Eins, zwei, drei. Drei. Leer. Bumme, Ecke, rum. Ja, ich muss doch mal gucken, wie ich das hier baue. Ist jetzt nur der erste Grundstein. Aber für den ersten Raum ist ja schon relativ groß. Oder nicht? Nee. Nee? Komm, mein Server. Wollt ihr nicht so ein vollautomatisiertes Haus haben? Ja, so ein bisschen schon, genau. Oh, mein Automatic. Und das war Fall. Ich weiß ja gar nicht, wie weit ich hier komme. Ich weiß ja nicht, wie weit die Leute hier spielen. Aber Livestreams machen auf jeden Fall Bock. Guckt dazu unbedingt mal in die Beschreibung rein. Und guckt euch mal den Livestream-Kanal an. Was denn? Das war halt schon spannend. Bin ich fast runtergefallen? Nee, wie du den Block gesetzt hast. Ja, ich bin halt der Blocksetzer, ne? Ja, das war schon klasse. War schon schizzlig. Schon beneidenswert. Äh, warte mal, welcher Mod sagt das so wäre hier geil? Dekocraft. Dekocraft. Haben wir nicht. Mit C. Äh, sagt er doch. Dekoc. Oh. Dekoc. Habt so dicke Finger. Ist aber nicht so viel drin, ne? Das gibt's nicht. Das ist doch nicht in der neuen Version erst drin. Jetzt bin ich aber beleidigt zu müssen. Fantasy-Block. Aus dem Fantasy-Block. Toll. Echt? Ist das nur in der neuen Version drin? Scheiße. Oh Mann. Ja, die machen hier leider kein Update. Dummerweise. Dummerweise. Aber genau, wir wollten ja mal gucken, was brauchen wir denn noch für die Ender-Crabby. Eigentlich brauchen wir ja für Ender-Pearl, ne? Diamanten. Diamanten? Oh Mist, da müssen wir glaube ich warten, bis die eine Crabby fertig ist. Das ist ehrlich. Dann würde ich sagen, wir bauen nicht einfach mal weiter. Hetz dich mal den Plan. Hetz dich mal den Pass. Ach so, den Plan, ja. Der Heiko hat ja auch so einen Masterplan, so ein bisschen. Nee, du. Ja, ich, genau. Ich hatte einen Masterplan. Und da war halt mehr eine Turtle drin, anstatt Cravys. Aber jetzt habe ich irgendwie zwei, drei Cravys, da bin ich jetzt schon im Bau. War schon so ein bisschen ärgerlich. Da kommen keine Fenster hin? Ja, doch, aber ich weiß noch nicht wo. Weißt du? Ich wollte ja auch noch irgendwie so ein paar Akzente setzen. Vielleicht mit schwarzen Steinen. Aber das kann man nehmen als schwarzer Stein, ne? Kohleblöcke. Ach nee, Kohleblöcke. Relativ billig. Obsidian, obsidian wäre doch cool. Eigentlich schon. Mal gucken, was wir damit schiseln können. Oh. Gibt so klares Obsidian. Guck mal. Snakes da und die aus diesem Gesicht. Was ist das? Ich muss ja voll nah dran hier. Weil mein Monitor so klein ist. Na, ist das nicht so cool, oder? Oder doch? Vielleicht hier so ein Crystal drin? Warte, wir nehmen jetzt nicht mal alle. Wir nehmen jetzt einfach mal. Ja, oder du nimmst gebranntes Quarz. Stimmt. Burnt Quarz. Das hatten wir auch in irgendeinem Projekt. Stimmt, in der Kiebesbereich, ne? Burnt. Gibt's auch nicht. Oh. Warte, ich gebe einfach mal Black ein. Black. Boah, das sieht man ja richtig gut auf dem Monitor. Das meine ich nicht. Wenn ich jetzt hochziehen würde in dem anderen Monitor, dann wäre das voll hell. So richtig geil hell. Ach, guck mal. Dann sperren wir hier so. Oh. Dann machen wir. Was ist das? Colored Soul Sand? Ein schwarzer Soul Sand, okay. Da sieht man die Textur gar nicht so. Sieht alles so schwarz aus. Alles komplett schwarz. So richtig. Oh. Oh. Und am Ende bauen wir das so. Und dann auf YouTube so. Warum habt ihr eine Hakenkreuzsteine gebaut? Genau, wie der komische Beacon. Ja. Von, von, wie sagen wir mal? Botania. Warte, kann man das hier erkennen? Na, ganz schwach. So ein ganz kleiner. Da ist irgendwie sowas ähnliches drauf, sag ich jetzt mal. Okay. Okay, warte mal. Ich pack mal eben das hier noch rein. Das Burnt auf jeden Fall. Hä? Hatte ich nicht gerade 43? In der anderen Kiste hast du 31 rausgenommen. Echt? Ja. Oder war das hier irgendwie so ein Bug? Nee, nee. Dass ich so mach und so und nochmal rein und raus und dann hab ich auf einmal mehr als ne, oder? Das wie mit dieser Tafel Schokolade, kennst du das? Wenn du so die, die, die Stückchen anders anatmest, dass dann ein Stückchen mehr ist als davor. Ach so, lol. Du hast es vorher geglaubt, ne? Mhm. So, warte mal. Ich bin, ja, Enderperlen waren eigentlich so meine Schwachstellen. Ich gucke nochmal ganz kurz hier rein. Ach ne, Diamanten ja auch noch, ne? Scheiße. Da müssen wir echt warten. Okay, dann würde ich sagen, wir machen heute mal Hood. In the Hood. In the Hood. Wir müssen den Boden hier raushauen. Heute, wir gucken einmal nach, wie Steine gechiselt aussehen. Normale Steine? Erst mal Cobblestone und dann nehmen wir mal gebratene. Da könnte was cooles bei rauskommen. Vielleicht sind die ja ganz cool so für den Boden oder so. Mal gucken. Du bist ja nicht wohl schon wieder mit Kleens anbauen, oder? Ne, ne. Wenn der Friedrich, der sollte sich jetzt langsam ablegen. Dann hätte ich zumindest den Boden ja schon gelassen, oder? Weil der war ja schon clean. Aber ich finde es cool, wenn der Schnee mal weg ist. Aber gleich regnet dort wieder und dann ist der Schnee wieder da. Pass auf. Weil du beschwerst das ja auch immer, wenn du das so sagst. Ja, jetzt so. Irgendwie habe ich so ein bisschen Angst gerade. Ich leg mich lieber nochmal hin. Du musst noch Mark spawnen. Oh, bitte F. Schimm, Mark. Einmal einen, weil ich gestorben bin. Und einmal so einen, ne? Ja. Genau, gut. Ich habe so ein bisschen Angst. Ich wollte schon sagen, du bist paranoid, ne? Und dann kommt eine Spinne. Ich hatte Spider-Sinn auf jeden Fall. Ich muss einen Mark spawnen. Guck mal, da habe ich Eisen drin. Noch mehr Eisen. Wie viel Eisen braucht man denn nochmal? Viel, ne? Oh. 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 Sollte man aber leuchten, einer. Boah, ich werde los. Dann leckt das wieder voll. Ne, leckt das nicht an dem Leuchtenglas. Nix. Nicht aussagen. Ah, warte. Zwei. Wann hat echt vier Eisenblöcke? Ja. Boah. Wie sind denn vier Eisenblöcke? Ja, neun. Oh. Mal vier. Stimmt. Sehr gut aufgeteilt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, acht. Was ist zehn durch vier? Zehn Viertel. Oh, ne, boah. Und dann wieder Shift. Ganz im Metallfall. Ja, wie bei Bad Wars, ne? Ja. So, oh nein. So. Das ist bei dir, damit die dich beschützt. Ja, genau. Ich bin ja in der Stadt. Da ist der Baum. Mhm. So, und. Jetzt wird es aber spannend. Da noch einen hin. Ja, aber spannend. Jetzt wird die Blöcke gesetzt. Da setzt er den Block. Den anderen da oben drüber. Und. Oh. Ah, sehr gut. Und jetzt erster Mark. Da. Halt, direkt ein paar Türsteher da, ne? Das hast du nämlich Hallo gesagt. Achso. Hallo. Kann auch noch begrüßen. Mark 1 und Mark 2. Hallo. Alter. Oh. 100er Pär, der. Kann der mal machen, dass die Dinger schneller wachsen? Du kannst ja mal, wenn die eine Stufe gewachsen sind und du benutzt dann Baummehl, dann wachsen die schneller. Vorher nicht, oder was? Mhm. Und wenn ich Gießkander nehmen? Dann schon. Aber dauert auch lange. Aber am effizientesten ist das, wenn die praktisch bei 99% sind und du dann Baummehl draufmachst. Ah, lol. Weil die dann sowieso fertig sind, oder was? Nee, nee. Das ist dann wirklich am effizientesten. Warum? Ja, das ist von der Motze vorher, ich weiß nicht warum. Achso, lol. Kommen dann zwei raus? Mhm. Nein. Du lachst schon so komisch in der Kamera, habe ich gesehen. Nein, hast du gar nicht. Nein, natürlich nicht. Du doch nicht. Du kannst so einen Kappa einblenden. Control Face. So, was haben wir denn hier? Schreibt ruhig mal in die Kommentare, welche Steine ihr gehabt habt. Mit denen habe ich letztens so gebaut, auch, ne? Die einen links daneben sind cool aus. Die? Mhm. Für den Boden. Ein bisschen dunkel, ne? Und wie sieht das mit denen aus, so? Warte mal, ich gucke nochmal näher dran. Oder die da. Die, ne? Äh, die. Oder welche meinst du? Ich meinte die ganz rechts in der ersten Seite. Achso, warte, guck mal sofort. Die sind jetzt nicht so geil, wenn ich ehrlich bin. Die müssen wir auch noch mal braten. Du meintest? Ganz rechts, Tasse. Die? Mhm. Ja, oder? Das wäre doch so dieses weiß-schwarz kariert, was ich meine. Warte, ich guck mal. Ja wohl, das ist vielleicht ein bisschen zu viel, ne? Wenn dann jeder blockt diese kleinen einzelnen Dinger da drauf. Ja, dann kriegst du, glaub ich, ein Color. Mega, äh, genau, ein Color-Flash. Mega Color-Flash. Also doch, er die? Ja. Mh, okay. Weißt du, einen so zum Testen. Jetzt baut er schon wieder mit Stormbricks. Ne, ne, das sind aber andere, das sind gechiselte Leute. Gechiselte. Die sind feiner. Das heißt, wir können gerne mal ein paar Steine holen, dann sind die nächstes Mal fertig, wenn die wieder kommen. Vielleicht. Hm. Wo gehst du denn jetzt hin? Erkunden? Ne. Oh, du musst noch einen Mark spawnen. Hab ich doch. Ne. Zwei Stück? Ne, das Eisheimer, Peter. Genau. Okay, spawnen wir ein paar Marks. Hatte ich gemein mit dir. Ich weiß ja immer, was das für eine Welt war. Das Eisheimer. Oh. Das ist die Eiswelt übrigens. Schick. Bist du zum ersten Mal hier drin, ne? Ja. Das ist die Eiswelt übrigens. Guck mal, ein Gerät. Aber da kannst du Hütte fahren. Und Creep auf jeden Fall. Ja. Also eigentlich, weil ich Fleisch habe. Oh. Enderman. Hexe. Wither. Vergiftet. Schnell weg. Ich hab doch gesagt, du musst noch einen Mark spawnen. Warte. Ich dachte, da können wir jetzt ein paar Enderperlen fahren. Ist aber irgendwie nicht. Nicht. Pass auf mich denn hier. Wie viel Schaden ich denn da kriege ich? Wie viel Schaden ich denn da kriege? Jetzt. Mark. Oh. Wird aber ganz schön knapp jetzt gerade. Na warte, ich hab ja noch ein paar. Ah gut. Ich wollte gerade, ich hab gerade schon überlegt, mir einen Eimer schnell zu craften. Runter zu den Kühen und mit schnellen Liter Milch trinken. Da werde ich bestimmt runterlaufen, wenn ich dann storben. Wie noch ein Matsch. Fällst du den Berg runter. Jetzt weiß ich wer, was ich machen wollte. Enderperlen fahren. Ich sag doch, du hast Alzheimer, du hast das nur vergessen. Echt? Wer? Boah, der war schon ganz schön knapp jetzt. Na ja, eigentlich wollte ich Stonebricks holen. Ja. Also Cobblestone. Ja. Und die im Ofen packen. Aha. Dass wenn ich nächstes Mal wiederkomme, da richtig viele Steine drin sind. Do you know what I mean? Ich kann ja wieder so ein scheiß Dirthaus bauen, wie du immer bei Attack on the Beat Team hattest. Hörst du das Geräusch? Hörst du das Geräusch? Ja, ist ein Grillen, ist Abend. Man grillt doch nicht nur abends. Die Tiere. Ach so. Das ist einfach wie ein Gas. Warte mal. Ist doch nicht so, dass wir dann nächstes Mal ein paar viele Steine haben. Aber wir haben auf jeden Fall ein paar viele Steine schon mal. So. Noch irgendwas da rein, ne? Glaub mich. Die Query, die wollten wir ihr anschmelzen. Ne, die bleibt. Boah, guck mal, geil, oder? Da kannst du ja noch voll viele Marks bauen. Ne, will ich aber nicht. Oh, da kann man die schon mal im Voraus bauen. Ja. So, ich habe jetzt zwei Freitode. Jetzt gleich fünfer sterben, geil. Oh, da sind Steine drin. Den Reaktor? Ich weiß doch gar nicht, wo ich den hier hinbaue, ey. Ich habe noch gar keinen Plan, so richtig. Obwohl, ich habe zumindest jetzt schon mal einen Strich auf der Karte. Schon mal geil. So. Im Grundriss gesetzt. Genau. Aber wir müssen jetzt eh warten, bis die Steine fertig sind. Und deswegen würde ich sagen, warten wir nochmal drei Minuten, bis die Folge enden. Das ist kein Quatsch. Wir beenden jetzt hier die Folge. Gucken wir mal bei Mike auf dem Kanal. Der ist vielleicht sogar unten verlinkt. Vielleicht nur. Und ansonsten bis zum nächsten Part von Minecraft Mark. Tschüss. Tschüss.